Happy Birthday Shashi Yadav, Happy Birthday Vishan Krishna Thakur, Happy Birthday M.D. Emon, Happy Birthday Bilal Khan, Happy Birthday Zahin Thurma Zahin, Happy Birthday Fahim Khan, Happy Birthday Vikas Thurma, Happy Birthday Zahim Shatav, Happy Birthday Kakesh Ali, Happy Birthday Lalit von Noval, Happy Birthday Ajim Dallala, Happy Birthday M.D. Kamul Hassan D. Loy. Und ich spiele heute mal wieder Free Fire, ich denke ich spiele, 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 spiele AK Imbo King. Viel Spaß. Ok, ich werde nehmen, eine, nicht den D36 und eine, ach Mensch, jetzt habe ich nur eine genommen. Wait. 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 Das ist ein Fensterbagger. Hm. Warte mal. F. Okay. Okay, nochmal. Okay, jetzt habe ich zwei. Jetzt können wir loslegen. Okay. Nee, nee, nee. Okay. 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 Welchen Platz habe ich? Zwölfter. Gibt es doch nicht. Gibt es? Was? Gibt's doch nicht. Wie schlecht war ich? Hilft davon? Wie viel? Ah ok. Der hat weniger Schaden gemacht. Der hat weniger Schaden gemacht. Ok. Gut. Dann bis gleich. Ok, die zweite Runde fängt an. Nächst mal nehm ich aber schnell zwei Waffen. Auf Wiedersehen. Ich nehm was nehm ich hin. Bei Scharfschutz in der Erde. Bei Scharfschutz in der Erde. Bei Scharfschutz. Hallo? Hallo? Hm. Geht's. gut Scharfschutz Wie verz. four-tun. wenn ich meine Scharfschutz, Das war's. Okay. hey Okay. Okay. So, ein Mist. Ich habe Platz 9 gewesen. Platz 9. Schauen wir mal. Ja. Ich verteile die likes. Und da würde ich mal sagen, das war es schon für heute. Danke für die Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht mehr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.